Das System arbeitet in der Regel fehlerfrei. Ich habe keine Ahnung, wer es in Gang gebracht hat und wieso. Aber es funktioniert. Man lebt, man stirbt. Man lebt, man stirbt. Man lebt und stirbt. Manchmal gibt es eine Störung. In Ihrem Fall war es die junge Frau. Wieso bist du hier? Im Lafayette. Mein Name ist Harrison Hardy. Ich möchte gerne einziehen. Das Lafayette zieht ungewöhnliche Typen an. Was macht dich ungewöhnlich? Es ist nur ein Traum. Ein Traum? Ich habe ihn ungefähr 5000 Mal gehabt. Das scheint mir ziemlich weh zu sein. Wir leiden es ziemlich selten. Leiden? Wir sollten mit der Behandlung beginnen. Vielleicht kann ich dir helfen herauszufinden, was auf deinem Dachboden ist. Der Traum hat sich verändert. Nur ein kleines Wisschen. Schade, dass du mich nicht früher gefunden hast. Sagen Sie, existieren sie eigentlich gern? Es gibt da ein paar Typen, denen kannst du einfach nichts abschlagen. Ich habe versucht, das Ihnen so einfach wie möglich zu machen. Sie können die Augen schließen, wenn Sie möchten. Ich habe versucht, das Ihnen gut zu verstehen. Ich habe versucht, das Ihnen zu sehen. Ich habe versucht, das Ihnen selbst zu sehen.